Der Freitagabend in Zeit 1, Jack im Auftrag der Erde und anschließend Star Trek Raumschiff Voyager. Warum schlüpfen Sie eigentlich nicht in etwas Bequemeres? Und Voyager geht weiter. Wir müssen schnell weg von hier. Wenn Sie uns finden, dann sterben wir alle. Hast du gehört? Und dann, Feuer, brennt heißer als Liebe. Und die Hölle ist stärker als der Himmel. Der Freitagabend in Zeit 1, nörderisch spannend. Zeit 1.